Hallo Leute, hier ist es kaum aus dem Spiel. Hallo, Sona Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Hausflipper. Haben wir ewig nicht mehr gespielt. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Du kannst den Raumtyp ändern, indem du geeignete Elemente für den Raumtyp platzierst. Alles klar. Okay, danke für den Tipp. Ja, es schneit. Bei mir nicht, aber egal. Das war gar nicht lustig. Okay, Schneeweh entfernt. Mit was soll ich das denn entfernen? Wesen? Hä? Also ich soll hier irgendwas entfernen? Ich hab nur absolut null Ahnung was. Egal. Wir laufen einfach rein. Wo soll denn hier Müll sein? Aha, was ist Müll? Wollen wir den Müll auf? Ist hier irgendwo Müll? Ist hier irgendwo Müll? Oh. Au. Gegenstand verkaufen. Ich muss das Gefühl jetzt hier wieder alles verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So. Weg mit dem Schmutz, weg mit dem Schmutz. Okay. Gegenstand verkaufen. Gegenstand verkaufen. Leuchte mit Bier. 1 von 3. Achso. Hier sind noch welche. Kommode für das Esszimmer. Ach hier, das. So. Reinige die Verschmutzung. Hier ist keine Verschmutzung. Ah. Dann hier an der Decke. Hallo? Ah. Hier. Aber hier ist doch gar keine Müll. Und dieses, dieses äh. Ah. Hier. Wow. Irgendwo ist noch 1% da. Okay. Jetzt kannst du die Treppen in einigen Häusern ändern. Ziele dazu mit dem Werkzeug. Objekt verkaufen. Auf Treppe. Und das ist alles. Bodenfließen legen. Fußboden. Laminat. Braun. Okay. Das geht ja ganz schnell. Laminat. 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 Hallo? Hallo? Zack. Was soll man denn da runter kommen? Okay. Ich hab's denn bekommen. So. Und jetzt einmal hier komplett durch. So. Zack. Laminat. 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 Ist doch. Gut. Zum Verlegen. Wenn ich jetzt echt auch so schnell gehen würde, dann wäre es auf jeden Fall geil. So. Machen wir das hier noch. Zack. Und hier noch. Zack. So. Große Heizung. Zwei Stück. Hier eine. Montiere natürlich. So. Zack. Und hier noch. Die ganzen Sachen, die auf dem Boden liegen. so. Zack. 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 Äh. Gegenstand kaufen. Bücherregal. Würde ich sogar einfach hier direkt hinstecken. Zack. Heller Sessel. Achso. Da brauche ich vier Stück von. Bill. Bill. Zwei. Drei. Drei. Vier. So. Hier kommt das Sofa hin. Hallo. So. Da kommt das Sofa hin. Dann kommt hier Couchtisch. Warum auch immer zwei. Schrank. Schrank. Schrank kommt hier vor. Das war die Heizung. Leute. Ich tue die Sachen jetzt einfach nur irgendwie hin. Weil ich habe absolut null Ahnung, wo das hier alles hin soll. Klavier. Ah. Schön für das Klavier. Junge. Hier ist gar kein Platz dafür. Was sollen das? Hallo. Leg die Scheiße jetzt da hin. Danke. Für die Blumen. Wofür brauche ich jetzt einen Hocker? Bügel. Hier bitte sehr. Bügel. Ah. Noch ein bisschen Licht. Das kann ja nicht schaden. Zack. Klassischer Teppich rot. Boah. Das sieht so alt aus. Also ich mag ja alt, Leute. Ganz ehrlich nicht so. Deswegen, wenn ich in dieses Haus gehen würde, ich hätte absolut gar keinen Bock darauf. So. Und hier noch ein Teppich, ey. Ja, hier vor das Klavier. Auch schöne warme Schu... äh, Büßer. Ah, ein Adventskranz. Kommt da oben hin. Ein Lebkuchendingz kommt einfach hier. Gott. Nee, geht nicht. Äh, dann kommt das einfach hier hinten drauf. Zack. 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 Weihnachtsgelände B. Ja, die kommt hier irgendwie... Boah. Diese Tür hier. Zack. Ein Waschkorb. Kommt da hin. Eine Kristalltuch. Kommt hier rein. Dann kommt hier irgendwie so eine Tondinger Dings rein. Eine Kerze. Die können wir auf den Tisch stellen. Dann noch zwei große Kerzen. So. Die kommen einfach hier, so batz, batz. Mistelzweig. Der muss natürlich hier vor dem Eingang. So. Großes Geschenk. Ich habe auch nicht mal einen Weihnachtsbaum hingelegt, aber okay. Hier, Weihnachtsbaum. Zack. 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 Mittleres Geschenk. Kleines Geschenk. Einersbaum aus Pär. Ich muss ja noch einen Baum. Der ist ja süß. Die packe ich hier drauf. So. Die gelandten. Da eine. Hier eine. Da eine. Da eine. Da eine. Und da eine. So. Äh. Braunes. Das weiß ich. Fertig. Fertig. Mit dem Raum hier. Sieht doch 1a aus, muss ich sagen. Kann ja auch mal die Weihnachtsbäume anmachen. Und tschüss. Nächster Raum. Einmal den Müll auf. Ja. Wo ist denn hier noch Müll? Hier ist doch kein Müll. Ach da. 75%. Wo soll denn hier noch Müll sein? Müll, 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 Müll. Wahrscheinlich auf dem Schrank. Nee. Ach hier. Von meiner Nose. Und da. Nee, das ist kein Müll. Ach das ist Müll. So. Weg mit dem Schmutz. Gegenstand verkaufen. Leuchte mit. Ach hier. Mhm. Gegenstand verkaufen. Werkzeugkoffer. Ach so. Der hier. So. Reinig. Liefer. Schmutzung. Da sehe ich aktuell nur das. Okay. Hier ist nur ein bisschen Schmutz. Sollen hier noch schmutzig sein. Ah. Perfekt. Streichen wir den Farben bald. Okay Leute. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Zimmer hier fertig gemacht habe. So Leute. Das Zimmer sieht jetzt so aus. Ähm. Ja. Ist auf jeden Fall geil. Richter machen wir jetzt. So sieht das aus. Ähm. Ich würde mal sagen. Wir gehen weiter. So. Gehen wir hier mal rein. Ach. Ganz viel Müll wieder. Müll, Müll, Müll. Noch mehr Müll. Noch mehr Müll. Wo ist hier noch mehr Müll? Egal. Wir verkaufen jetzt mal hier. So. 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 Gegenstand verkaufen. Achso. Hier. Da oben. So. Okay. der vieles machen muss. So. Erstmal verkaufen wir hier alles, was man jetzt nicht mehr braucht. Erneuern. Ähm. Erneuern. So. Zack und zack. So. Einige die Verschmutzung. Okay. So. Ohne Fliesenleben. Okay. So. Ohne Fliesenleben. So. Ohne Fliesenleben. Gelegt, schmaler Vorgang, äh, Vorgang, Vorgang. Komm, wir montieren die jetzt erstmal. So, zack, 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 okay, perfekt. So, dann noch hier. So, dann noch hier. Den letzten, den montieren wir auch eben. So. Und fertig. Die Heizung ist hier. So. Perfekt, Gegenstand kaufen. Okay. Ach du heilige Scheiße, ist das groß. Junge. Weißer Schrank. So. Kuckucku. Die packe ich mal hier einfach an der Wand. So. Kronleuchter. Der kommt schön hier oben an die Ecke. Bild im Märchenhaus. Wo packen wir den am besten in hier, würde ich sagen. Ja, das sieht auch gut aus. So, dann können wir hier nämlich zwei von den Weihnachtssternen draufpacken. So. Eko. Irgendwas. Ach so. Aufpacken. Die Vase. Packen wir hier machen. So. Zack. Haben wir den aufwertigen Raum. So. Und jetzt noch den hier, glaube ich. Zack, zack. Öl, Gegenstand verkaufen. Nur das. So. Gegenstand verkaufen. Leuchte mit. Geht da. Eine die Verschmutzung. Machen wir hier mal auch eben. So. Zack, zack. Och, nee. Tschüss. So, reinige die Verschmutzung. Wo ist denn hier Schmutz? Da sehe ich absolut nichts. Okay, so. Leute, ich mache mal den Raum hier eben aufwertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, jetzt habe ich hier alles geschafft. Also hier, Badezimmer, äh, Badezimmer, diesen Raum und das hier. Jetzt weiß ich gar nicht, warum hier noch irgendwas fehlt bei meinem Fortschritt. Ich denke mal, das ist wegen draußen. Da habe ich noch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Und ich komme ja auch nicht raus. So. Schneeweh entfernen. Ah, das hier. Okay, dann mache ich das schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, jetzt habe ich hier alles geschafft. Und dann können wir auch den Auftrag beenden. Wie lange war es her, da haben wir endlich das geschafft. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne liken ab und einen Kommentar. Schaut auch, wenn ihr euch mal ein Disco vorbei lässt. Und in der Videobeschreibung verlinkt. Habt einen Traum auf die Tage. Haut rein, euer Sandow. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.